Hallo, ja, User Disconnected. Seid gegrüßt, wir spielen zu... Nice. Oh, nein! Fuck, gibt's nicht. So, gucken wir mal, ob deiner ist. Da ist keiner, okay. Ja, genau, also wir sind Ado, Rage und, passt auf, Premiere. Premiere ist gerade... Was? Report Brand for Noob. Wir haben Christian dabei. Bro Hunter. Kenter, 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 kenter. Und? Und? Wie ist? Nein. Sehr schön. Alter, jedes Mal, die das Stunnen sind. Äh, was sind wir da? Cack. LOL! Geflasht! Bro ist geflasht. Deswegen. Einfach mal so random. Keine Ahnung, von dem einen den anderen Busch. Ja, damit sie ihn nicht sehen. Ist ja an sich richtig. Oh, die haben ja noch Sinn drassig gerade. Jetzt das, Alter. Mann, ich hab gedacht, mein Schleber wäre auf D. Hä? Was? Wieso haben die kein Damage gekriegt? Na, egal. Nein. Schade. Man muss aber einer noch ein bisschen üben. Klappe, ich spiele das erste Mal nüchtern. Das muss auch erstmal gekonnt sein. Eben. Das ist gar nicht so einfach. Nicht einfach, nein. Ar-Kadi, geh weg. Geh weg, bitch. Ah, getroffen. Bin ich direkt weggeflasht. Oh, sehr schön. Oh nein, doch, nein. Nein. Ich hab nichts mehr. Ich spring rein. Gut. Geh nicht rein, du hast keine Mana. Ich brauche Heal, ich brauche Moana, ich brauche Addis. Hat einer Cut-Kennett? Heal spawned in 30 Sekunden. Clarity, Addo. Wie ist Clarity? Ich danke Ihnen. Komm, Akadi, komm. Ah! Schade. Bewirrst mich mit Balls. Oh! Hey! Achso. Na komm, komm. Gangplank, Gangplank, Gangplank! Bitteschön, Dankeschön. Oh, ich hatte die Heal da unten auch noch. Ja, noch macht Syndra keinen Schaden. Ja, noch! Ja, der Ulti wird nachher definitiv nicht... Ich nur für die Kali. Auch noch. Kali wird auch richtig nervig, glaube ich. Sorry. Oh, ja, geil. Schreibt da, sorry, little people... People... Was? KK. In... Ach... In RL. Was? IRL. In real life. Sorry, little problem. Achso. Oh. principal Lol, mei... Lol, die machen echt alles an... LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLO So Leblanc, geh mal rein, mein Schatten, geh mal rein, geh mal rein, geh mal rein, geh mal rein, geh mal rein. 3-0, 2-0, ja, jetzt hab ich Ulti, ah, sehr schön, jetzt geht's los mit Leblanc. Och, ich brauch Mana, hat irgendwer noch? Nein, ich hab kein Clarity. Achso, nee. Moment, wenn du, wenn du's machst, dann sag du das Scheid. Äh, nee, ich hab noch, ich brauch noch. Wie lange dauert's? 50 Sekunden. Ich denke, dann geh gleich in die Falle da oben. Und, da holt, Alter, hallo. Was? Meine Falle, ich hab gleich wieder. Geht das gleich wieder so weiter wie letztes Mal? Das war verdient. Und drin ist nur Wakel dran. Da, getroffen, da, da. Und. Nein. Tolli, bleib drin. Die bleibt. Die ist noch nie Level 6. Ah, wenn jetzt auch noch, Alter, wenn die alle ihre Ultis haben, ne? Das wird, das wird echt. Mana! Ich hab keine Ulti mehr. Nein! Aber das war jetzt echt ein bisschen die Redi. Oh, look. 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 Der Brand, der Brand. Hallo, hallo. Heal, heal, heal. Der Brand, der Brand. Ja, das sehe ich, dass der Brand. Du bist doch so ein Klugscheißer. Der Brand. Was macht der, was macht die Silvia denn da, Alter? Der hat EL-Probleme, weißt du? Ich hab nen dicken Pebens. Props in EL. Der hat auch schon geschrieben. Ja. So, ich hab nur ein Problem. Prost, gut. Ähm, ja. Auch so. Boah, ich muss mit Bro den Tower deffen, Alter. Das ist wieder witzig. Bro hat sich schon gebessert. Das muss man ihm ja... Oh, David ist da. Ist er? Oh, mein Bro. Oh, David ist da. Boah, sich Korki oben im Busch, ne? Ja, ja. Du, alles gut. Ich hab ja mit Akali... Äh, mit Akali wollte ich schon sagen. Wohin als nächstes? Äh, was wollte ich sagen? Ich hab genug einfach. Ich hab... Ja, ja, ja. Hat genug. Ich hab genug, äh... Fähigkeiten. Also es macht mit Leblanc halt übel Spaß, wenn er da schön alles ausnutzt, die Skills. Es ist ein Traum. So, dann gehen wir mal kicken. Oh. Das sind einiges auf den Schuld. Ach. Ich hab das nicht geschürt. Bohohohohohoho. Boop. Die wurde mal... Die wurde einmal, ne? Na, komm, 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 komm. Ja, ich möchte sokommen. Ah. Dumm ist klar. Ja. Ich hol mal ein Heal hinten. Ich hol mal ein Heal hinten, ne? Ich bin gleich wieder da. Ah, hier hat er den auch noch. Also, ich muss ihn kurz hochheelen. Mach mal. Da bin ich auch schon wieder. Springen sei Dank. Du hast schon zwei Fallen, wo du sie reingeben kannst. Jawoll. Oh, nochmal hier. Beides war durch den Springen. Ich liebe es, den zuerst aufzuleveln. Also, immer die Springen aufleveln, das ist... Ich muss immer nur auf meinen Grab warten. Was? Dann hat sich grad einer von euch wiederholt, oder? Wups. So. Ach. Millimeter. Nächstes Mal. 6-1. Warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist Akali? Da ist Akali. Ey. Warte mal, warte mal, warte mal. Oh. Oh, Knack. Die haben ja auch Grutti-Ready, ne? Ne. Jetzt muss ich warten, dass ich meinen zweiten Sprung ready hab. Ich muss erst mal warten, bis ich mein... Oh, jetzt. Jetzt, sorry. Jetzt hab ich aber was in der Hose. Nein! Shit! Da hat der Turm mich gefokust und nicht mein zweites Ziel. Sonst springt er immer um in dem Moment. Ja, ich hab sie gekriegt, scheiß drauf. War mal ein Fun-Ding. Vorsicht, jetzt kommt gleich Syndra-Stun bestimmt, oder? Jetzt hab ich noch Ludens. Syndra ist da wahrscheinlich. Nee, die ist nicht da. Da ist er doch. Okay. Hast du Grab? Ja. Nur, dass er mal weiß. St. Mücken! Oh, ich merk' gerade. So, wo ist FPS-Lack? Ja, ja, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm! Braust du nicht! Haha! Oh, die gebraucht, die gebraucht. Heute möchte Ado also Contest... Contest? Oh! Oh, ulti hier! Ah, nee, ulti reicht nicht. Das ist noch zu low. Putz! Ah, geh' ich, geh' ich... Ach, nee. Nee, sonst stirbst du wieder. Auch wenn die Minions hier noch nicht kommt. Äh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh... Zu früh, trotzdem zu früh. Ah, nun, oh, oh! Jetzt so'n schöner Grab nach hinten, da? Und dann wird er später weggebr stamped. Nein, wenn der es dann nicht gewesen wäre! Ja, jetzt, jetzt und grab immer noch. Die ist gestunnt? Nee, nicht. ULTI! Ja, David, wir machen das schon. Ja, pssst, du mit den anderen brauchst du nicht anfangen, das ist... Wat? Aber ich muss mal einkaufen gehen, ich hab 3000. Bitte was? Ich hab da noch 2 kills hier, man. So, und... ...zurück. So, siehst du mal, ich hab nix gemacht. Easy! So, Syndra, komm! Komm! Alles daneben! Oh, hier? Ah, mir fällt noch ein bisschen... Warte, ich komme! Oh, war's los! Jetzt wollen sie uns! Aber die Syndra ist nicht grad gut, muss ich mal sagen. Ich hab noch nicht den Ulti auf mich gesehen. Warum laufen die beiden Foros hier eigentlich die ganze Zeit hinter mir? Weil du ihn noch nicht gefüttert hast. Weil du ihn noch nicht gefüttert hast. So. Was macht er denn hier? Oh, da flasht! Oh, da flasht! Weg, 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 weg... Ja, Sasabanga... ...bist du dir sicher, sagt sie. so kann ich es gestanden nein 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 so jetzt habe ich ludens echo jetzt geht das los ich weiß nicht ob dieses drehen in deinem zustand so gut ist ludens ist leider nicht angegangen keine reaktion bevor den anderen wegnimmt das ist so da bin ich wieder Drei. Drei. Ah. Ah. Daneben. Loll. Der Turm bei ihm. Loll, du kannst nicht hucken. Das nenne ich als Beleidigung. Geht der wieder. Oh nein. Ich hab ein Schild. Ich hab ein Schild. Ist mir egal. So, jetzt machen wir mal ein. Nichts Flames wie ein Flames. Ding. Ein bisschen schwach aber. Oh ja. Gangplank, sehr gut, sehr gut. Loll. K.S. Wieso, der hat... Wer sagt das gerade? K.S. Aber Ado, du bist leider sehr schlecht. Du hast 17 Assists. Alter, warum schreibt der Haar? Du kannst nicht hucken, Alter. Bis jetzt hat fast jeder Huck getroffen. Ja, wieso will das denn? So, jetzt lässt du langsam nach die Wirkung. Ja, ja. Oh, wär der getroffen, Alter. Das wär schön gewesen. Wär getroffen, wo gewesen bin. Wär der getroffen, ey. So, so. Ja, ja, ja. Oh, böse. Böse Damage gemacht. Ist mir egal. Ist mir egal. Und weg mit dir. Oh, nee, nee. Ach, du Spaß, die Ado, Alter. Was? Der ist zum Übersprung. Vollidigung. Ah! Oh, no. Was war das? Ado, siehst du gerade ne Line oder was war das? Das war nicht bei mir. Alter, das hörte sich so an wie mit einer Kreditkarte. So, schön zusammen. Oder? Echt? Das war nicht bei mir. Christian? Alter, hör auf, Alter. Du sollst und drittst, Alter. Ist gut. Mein Gegner wurde getötet. Ja, mach ihn weg. Ja, mach ihn weg. Sag ich doch, der macht ihn weg. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Ach, nicht Sinn dran. Ist der die Fischung? Hol den Heal, Ado. Hol den Heal hinten, Ado. Gucken wir mal, ob einer ist. Naja, Akadi, komm her. So, steht für dich. Boah. 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 Du bist so weg. Lol. Das hab ich auch noch nicht erlegt. Das hab ich auch noch nicht erlegt. Geil. Wurde dich, dass das geht? Nicht auch nicht. Ich dachte, dann krieg ich trotzdem hier. Ich geh mal da hinten Heal holen. Was ist das? Was ist das denn für ein Dunge? Das war geil. Gott, das will ein Heal. Lol. Lol. Da sagt er nur Null. Geh weg, hau ab mit deinem Ulti hier. Geh bloß, ja. Was denn? Ich hab ihn voll wieder gemacht. So, gestunt, gestunt. Ah, nee, 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 nee. Geh weg, Gangplank. So, pass'n' auf, pass'n' auf. Sag' ich doch. Lol, ich bin hier ein bisschen... Komm, hier, fau. Oh, ich denk' grad. Ist wer nicht? Das war aber wirklich knapp. Klose. Das war so knapp. Jetzt sterbt aber alle. Euer Leben ist nicht so... Also, euer Leben ist, Alter. Ihr seid... Alter, ihr habt überhaupt kein Leben. Das ist... Oh, Addo, 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 Addo. Und jetzt, jetzt, Addo, 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 Addo. Und Brand Ulti, Brand Ulti, komm, jetzt. Was für'n Heal? Ich hab Brand Ulti. Boah, dieser Witzer. Alter. Alter, ey. Wer hat die getrunken? Aber du trinkst! Puff! Nein, ich trinke auch nicht! Gross! Wird das eine Lüchte in den Samstagabend drin? Und weg mit euch! Geil war das, ey! Habt ihr gesehen, wie geil das war? Loil! Ich war gerade am einkaufen, so. Haben ich die Minions weggemerzt? Ich hab die noch nicht angeguckt. Too easy! Das ist... Das Tour hättest du leider mit zwei Ohren schreitend. Leider, sagt er. Leider, geil! Leid mich am Arsch! So, was mach ich jetzt, was mach ich jetzt? Ach ja, Höllenzepte. Ach komm, ach Quatsch. Nee, ach doch, nee. Komm, ich mach mal hier. Quatsch! Voll Damage! Da ist doch Höllenzepte. Ja, aber Magieries. Ich bin ja mittendrin. Das heißt, in dem Moment, wo ich... Und dann... In dem Moment, wo ich... So, Mädels. Jetzt, ähm... So. Blitz und ich komm. Pass auf. Blitz ist da. Blitz ist da. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Ich komm. Ich komm. Ich spring mal einfach. Aber ich... In AP Blitz. In AP Damage. 290. Oh, danke dir. Ja, Akadi macht sich am Turm unsichtbar. Alter, wie geil ist das? Wie dumm ist das? Die soll sich im Fight nutzen. Ja, spring mich an. Komm, komm, komm. Oh, dankeschön. Oh, ja. Ich spring mich an. Oh, der Turm. Nimm mich an. Ah, die müssen mal Fehler machen. Wir müssen die locken. Locken. Oh. Oh, der grabbed. Alter. Alter, ihr kriegt schon wieder Dip in die Fresse. Lasst die einfach machen. Das ist... Nein. Ja, das war Luden. Da können wir nix für. Oh, wie nice. Oh. Ja, aber selber, weißt du? Das stirbt mir fast. Echt? Politiker. Ich hab... Ich weiß, dass mein Passiv hat. So. Ach. Ja, trotzdem. Und ich hab auch meine Passiv. Also lass mich. Oh, Brand macht Ulti. Wenn Brand Ulti macht so viel weg. Ob ich Regime macht, sag ich ja. Aber schief. Ja, genau. Und du betet rein. Ja, 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 ja. Arriba. Ja, aber sehr schön anheben. Bis zum... Wollt ihr die reinbeten, oder was? Ach, Turm. Hör doch auf. Alter. Was?! Alter. Oh, ich hab noch Ulti nicht mehr. Ja, gib da mir Ulti. Dreimal hin und her gepinkt, Alter. Ja, weil ihr nur zu zweiter Standet. Ja, weil sie wirf. Weil sie wirf. Weil sie wirf. Oh, Alter. Alter, du stehst schon Millimeter davor. Du kannst ja schon an der Möse kitzeln. Du grabt daneben. Alter, die bewegt sich auch, du Idiot. Ja, siehs gut. Die Noob. Die Noob. Die Noob. So. Jetzt wird's mal auflegen. Zurück. Oh, Zurück. Ausrufezeit. A turret. Ja, die SIVI ist aber auch. One more. So. Äh, Bro. Ich warte jetzt mal 1050 voll. Das ist eine Irreführung. So, und? Gut. Los. Los, Brülder. Gut. Ah. Boah. Tschüss. Ich komm wieder hin. So. Doch nicht. Na, nicht jeden Scheiß fressen. Oh. Nee, gehst du auch nicht auf die Straße und fress dir den Scheiß. Hier ein Kaugummi auf dem Boden liegt. Oh doch. Na, oh doch. Ich hab sonst nicht geöffnet. Hahaha. Ja, auf Akadi übergesprungen. So, Akadi, komm her. Wir trocken. Einfach nur ein Grab. Jetzt so ein schöner Grab. Jetzt. Da. Jetzt will ich nicht. Jetzt. Dann flamest du mich wieder. Jo. Ich warte jetzt einfach, bis wir gewinnen. Na klar. Ich warte, bis wir gewinnen. Hahaha. Das ist, das ist eine Taktik. Ja. Ist gut, ne? War der dort vor meiner Falle? Oder so. Und jetzt hör auf mich zu flamen. Hör auf mich zu flamen. Alter, der Turm geht auch jede Millisekunde auf mich. Black. Hey, schau auf! Ich hab nicht mehr in meine Hand. Lass mich überall fallen. So. Ich schwöre. Guck, den Binion hab ich. Gut. Schon mal einer weniger. Hahaha. Hein. Leute, der Sprung war ja geil. Mach dir da oben, mein romant. Mo? Ich kann auch noch nen alten revist. Da hat den Trick gemacht. Da hat den Trick gemacht. Das hat den Trick gemacht. Easy. Lass ihn doch auch machen. Ja, ähm, ja, ne, ciao. Tschüss.